Der Landkreis Beberach ist ein Landkreis in Baden-Württemberg. Er bildet zusammen mit dem Alp-Donau-Kreis und der kreisfreien Stadt Ulm den baden-württembergischen Teil der Region Donau-Iller im Regierungsbezirk. Tübingen. Geografie. Lage der Landkreis Beberach liegt in Oberschwaben. Die Westspitze reicht noch bis auf die Schwäbischen Alb. Die Iller bildet die natürliche Grenze zu Bayern. Die höchsten Erhebungen im Landkreis sind der Rotreis in der Gemeinde Langenenzlingen und der Bussen in der Gemeinde Utenweiler. Nachbarkreise. Der Landkreis Beberach grenzt im Uhrzeigersinn im Norden beginnend an die Landkreise Reutlingen und Alp-Donau-Kreis, an die Landkreise Neu-Ulm und Unterallgäu und an die kreisfreie Stadt Memmingen sowie an die Landkreise Ravensburg und Siegmaringen. Geschichte. Der Landkreis Beberach geht zurück auf das gleichnamige württembergische Oberamt, das nach dem Übergang der ehemals Freien Reichsstadt Beberach und deren Umland an Württemberg 1806 errichtet wurde. Ferner hatten die Oberämter Ingen, Riedlingen, Saugau, Waldsee, Leutkirch und Zwiefalten Anteil am heutigen Kreisgebiet. Ab 1810 gehörten die Oberämter zu den Landvogteien an der Donau bzw. am Bodensee und ab 1818 zum Donaukreis. Die meisten Oberämter wurden im Laufe der Geschichte aufgelöst und mit Benachbarten zusammengelegt. Übrig blieben im 20. Jahrhundert lediglich die Oberämter Beberach, Leutkirch und Laupheim. 1924 wurde der Donaukreis aufgelöst und 1934 wurden die Oberämter in Landkreise umbenannt. Bei der Gebietsreform von 1938 wurden die Landkreise Leutkirch und Laupheim aufgelöst. Dabei kamen einige Gemeinden des Landkreises Leutkirch sowie der Großteil des Landkreises Laupheim zum Landkreis Beberach. Bei der Kreisreform erhielt der Landkreis Beberach am 1. Januar 1973 einige Gemeinden der Landkreise Saulgau und Ingen sowie die Gemeinden Willerfingen und Langnenslingen des Landkreises Siegmaring. Musste im Gegenzug jedoch die Gemeinde Dietmanns an den Landkreis Ravensburg sowie die Gemeinden Oberbalzheim und Unterbalzheim an den Alp-Donau-Kreis abgeben. Bereits am 1. Oktober 1972 wurde der Ort Elichhofen von Moosbeuren nach Atenweiler umgegliedert und kam somit vom Landkreis Ingen zum Landkreis Beberach. Am 1. Januar 1976 wurden die Orte Gänsenweiler, Hakenaufort, Hewitzweiler und Wartenweiler aus der zum Landkreis Ravensburg gehörenden Stadt Bad Waldsee aus und in die Gemeinde in Goldingen eingegliedert. Nach Abschluss der Gemeindereform umfasste der Landkreis Beberach noch 45 Gemeinden, darunter sechs Städte und hiervon wiederum mit Beberach an der Riss eine große Kreisstadt. Größte Stadt des Kreises ist Beberach an der Riss, flächengrößte Gemeinde ist Langenenslingen, kleinste Gemeinde ist Moosburg. Einwohnerentwicklung Die Einwohnerzahlen sind Volkszählungsergebnisse oder amtliche Fortschreibungen der Statistischen Landesamts Baden-Württemberg. Politik Der Landkreis wird vom Kreistag und vom Landrat verwaltet. Kreistag Der Kreistag wird von den Wahlberechtigten im Landkreis auf fünf Jahre gewählt. Die Kommunalwahl am 25. Mai 2014 führte zu folgendem vorläufigen Ergebnis. Das amtliche Endergebnis wird vom Statistischen Landesamt gegen Ende des Jahres bekannt gegeben. WG Wählervereinigungen Da sich die Ergebnisse von 1989 bis 2004 nicht auf einzelne Wählergruppen aufschlüsseln lassen. Punkt Am 23. Juli 2008 hat Kreistag einer Patenschaft zwischen dem Landkreis und dem mittleren Transporthubschrauberregiment 25 Oberschwaben in Laupheim zugestimmt. Landrat Der Landrat wird vom Kreistag für eine Amtszeit von acht Jahren gewählt. Er ist gesetzlicher Vertreter und Repräsentant des Landkreises sowie Vorsitzender des Kreistags und seiner Ausschüsse. Hat aber in den Gremien kein Stimmrecht, er leitet das Landratsamt und ist Beamter des Kreises. Zu seinem Aufgabengebiet zählen die Vorbereitung der Kreistagssitzungen sowie seiner Ausschüsse. Er beruft Sitzungen ein, leitet diese und vollzieht die dort gefassten Beschlüsse. Sein Stellvertreter ist der erste Landesbeamte. Die Landräte des Landkreises Biberach seit 1937 zu 1937 minus 1945 Maximilian Wiesigmann 1945 bis 1946 Fritz Eller, SPD 1946 bis 1947 Karl Leukensprenger 1947 bis 1973 Paul Heckmann 1973 bis 1992 Wilfried Steuer, CDU 1992 bis 2006 Peter Schneider, CDU Seit 2006 Heiko Schmidt Die Oberamtmänner des ehemaligen Oberamts sind unter Oberamt Biberach dargestellt. Wappen Das Wappen des Landkreises Biberach zeigt in gespaltenem Schild vorne in Gold einen halben, rot bewährten, schwarzen Adler am Spalt. Hinten in Rot einen mit der Krümme nach links gerichteten goldenen Abtsstab mit silbernem Velum. Das Wappen wurde am 4. März 1970 und nach der Kreisreform am 3. September 1973 neu verliehen. Der Reichsadler steht für die zahlreichen reichsunmittelbaren Herrschaften im heutigen Kreisgebiet. Vor allem die ehemals freien Reichsstädte Biberach und Buchau. Der Abtsstab steht für die ebenfalls zahlreichen teilweise reichsunmittelbaren Klöster im Kreisgebiet, die 1803 säkularisiert wurden. Wirtschaft und Infrastruktur Der Landkreis hält einen Anteil von gut 11% an den oberschwäbischen Elektrizitätswerken und nimmt über diese Beteiligung auch Einfluss auf die Geschäftspolitik der Energieversorger INBW und der GVS. Die größten Arbeitgeber des Kreises sind unter anderem Böhringer Ingelheim, Liebherr, Handmann, die Kliniken des Landkreises. Kessbohrer Geländefahrzeug, Eck-Eben, Südpack, Ullmann, Rentschler, Sillet und Weishaupt. Nach dem Zweiten Weltkrieg war noch der überwiegende Großteil der Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig. Der Strukturwandel wurde im Landkreis Biberach im Vergleich zu anderen Landkreisen schnell vollzogen. Laut einer Studie des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung ist der Landkreis Biberach in Sachen Zukunftsfähigkeit die Nummer 1 in der Bundesrepublik. Mit einer Arbeitslosenquote von 2,8% hat der Landkreis eine der niedrigsten in Deutschland überhaupt. Somit besteht im Landkreis quasi Vollbeschäftigung. Daher konzentriert sich die Agentur für Arbeit verstärkt auf die Suche nach geeigneten und qualifizierten Arbeitnehmern für die regionalen Unternehmen. Verkehr der Landkreis wird durch insgesamt vier Bahnstrecken erschlossen. Hinzu kommen eine Museumsbahn und eine inzwischen ganz stillgelegte Bahnlinie. Im Einzelnen sind dies die Württembergische Südbahn von Ulm nach Friedrichshafen im Abschnitt Laubheim-West-Biberach-Bad-Schussenried, die Donautalbahn von Ulm nach Donau-Eschingen, die Bahnstrecke Leutkirch-Memmingen befindet sich im Kreisgebiet, die Bahnstrecke Laubheim-West-Schwendi, der Söchsle von Warthausen nach Ochsenhausen, die Federseebahn von Riedlingen nach Bad Schussenried. Der RÖPNV wird durch den Donau-Iller-Nahverkehrsverbund, der auch die kreisfreie Stadt Ulm, den Alt-Donau-Kreis und den Landkreis Neu-Ulm umfasst, organisiert. Das Kreisgebiet wird von der Bundesautobahn 7 Ulm-Memmingen berührt. Ferner wird es durch Bundes-, Landes- und Kreisstraßen erschlossen. Die wichtigsten Bundesstraßen sind die B30 Ulm Friedrichshafen, die von Biberach bis Ulm vierspurig ausgebaut ist. Die B312 Reutlingen-Memmingen, die B311 Donau-Eschingen-Ulm und die B465 Kirchheim-Unterteck-Leutkirch im Allgäu-Kreiseinrichtungen. Der Landkreis Biberach ist Träger des Kreisgymnasiums Riedlingen. Der Sonderschule für geistig behinderte Schwarzbach-Schule mit Schulkindergarten in Biberach und folgender beruflicher Schulen. Kreis-Berufsschulzentrum Biberach mit Gebhard Müller Schule, Karl-Arnold-Schule und Matthias-Erzberger Schule. Kilian von Steiner Schule Laubheim und berufliche Schule Riedlingen. Der Landkreis Biberach ist Gesellschafter der Kliniken Landkreis Biberach GmbH. Diese Gesellschaft ist Träger der Kreiskliniken Biberach, Laubheim, Ochsenhausen und Riedlingen. Der Geriatrischen Rehabilitationsklinik Biberach und der Kreispflegeheime Biberach, Laubheim, Ochsenhausen und Riedlingen. Städte und Gemeinden Städte und Gemeinden vor der Kreisreform Zum Landkreis Biberach gehörten ab 1938 zunächst 87 Gemeinden, darunter vier Städte. Am 7. März 1968 stellte der Landtag von Baden-Württemberg die Weichen für eine Gemeindereform. Mit dem Gesetz zur Stärkung der Verwaltungskraft kleinerer Gemeinden war es möglich, dass sich kleinere Gemeinden freiwillig zu größeren Gemeinden vereinigen konnten. Den Anfang im Landkreis Biberach machte am 1. Dezember 1971 die Gemeinde Rheinstetten, die sich mit der Stadt Ochsenhausen vereinigte. In der Folgezeit reduzierte sich die Zahl der Gemeinden stetig. Die noch verbliebenen Gemeinden gingen am 1. Januar 1973 im vergrößerten Landkreis Biberach auf. Zwei Gemeinden kamen zum neu gebildeten Alp-Donau-Kreis, wo sie sich am 1. Januar 1974 zur Gemeinde Balzheim vereinigten. Die Gemeinde Dietmanns kam zum Landkreis Ravensburg, weil sie in die Stadt Bad Wurzach eingegliedert wurde. Zwei Jahre später, am 1. Januar 1975, wurde auch Unterschwarzach in die Stadt Bad Wurzach eingegliedert und verließ somit den Landkreis Biberach. Die größte Gemeinde des alten Landkreises Biberach war die Kreisstadt Biberach an der Ristie seit dem 1. Februar 1962 große Kreisstadt ist. Die kleinste Gemeinde war Groth. Der alte Landkreis Biberach umfasste zuletzt eine Fläche von 1.025 Quadratkilometer und hatte bei der Volkszählung 1970 insgesamt 114.670 Einwohner. Er war damit nach dem Landkreis allen nach seiner Fläche der zweitgrößte Landkreis Baden-Württembergs. In der Tabelle wird die Einwohnerentwicklung des alten Landkreises Biberach bis 1970 angegeben. Alle Einwohnerzahlen sind Volkszählungsergebnisse. In der Tabelle stehen die Gemeinden des Landkreises Biberach vor der Gemeinderreform. Die meisten gehören auch heute noch zum Landkreis Biberach. Lediglich Oberbalzheim und Unterbalzheim gehören zum Alp-Donau-Kreis sowie Dietmanns- und Unterschwarzach gehören zum Landkreis Ravensburg. Kfz-Kennzeichen Am 1. Juli 1956 wurde dem Landkreis bei der Einführung der bis heute gültigen Kfz-Kennzeichen das Unterscheidungszeichen BC zugewiesen. Es wird durchgängig bis heute ausgegeben. Kfz-Kennzeichen